Was geht mit einem kleinen Wölkchen? Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mini Croft PS4 Und ja, heute wollte ich mal weiter bauen Ähm, ja, ich denke mir, irgendwann musst du ja sowieso mal das Dach bauen Die Wand habe ich ja großteils letzte Folge fertig gekriegt, das sieht hier ein bisschen doof aus Aber, jetzt halt doch mal die Fresse, ich habe hier gerade eine Ansage Ähm, will mal ganz kurz das Dach drauf zimmern Denk mal, wird nicht allzu viel Arbeit, außer es kommen jetzt wieder 10.000 Creeper an Aber momentan sieht es ruhig aus So, machen wir einfach mal ein, mache ich nicht mal ein Steindach, oder? Mache ich ein Steindach? Mache ich ein? Nö, nö, wir machen hier ein Holzdach Achso, warte mal, ich habe mir ja geschrieben Ähm, NPC-Griefing sollte ich am besten mal ausschalten, ich mache sowieso mal Tag Dann ist die Aufnahme viel schöner Und dann, äh, ja, dann klatschen wir oben erstmal das Lumpe da ran Oh, achso, ich wollte die Treppen machen Ne, 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 scharf Das Schaf wollte jetzt gerade wieder hier rein Das war nämlich total scharf gewesen drauf Zwölf Stück ist ein bisschen wenig Wir machen mal Machen wir mal das ganze Ding jetzt hier voll Ist jetzt hier einer drauf gekommen Mr. Zockerboy, der ist gerade dazugekommen Ähm, zack Komm, machen wir jetzt erstmal das Dach hier fertig So, wunderbar, andere Seite noch auch nochmal durchziehen Jetzt halt doch mal die Fresse, Pferd Oh, du auch, Esel So, ich muss die ganzen Tiere irgendwo anders hinschaffen Das geht dann nach einer Weile sowas von dermaßen auf den Zippel Wenn du denn hier hängst und die ganze Zeit So Randa Lass mir Randa, denn sie will ja Ne Das habt ihr jetzt nicht von mir erfahren Was guckst du denn so blöde? So, warte mal Komm, Randa Ich weiß, es ist jetzt wieder total uninteressant, was ich hier mache Oh, er macht schon wieder Dach Hier fast jede Folge, in jedem Videospiel macht er irgendwo ein Dach ran Oh, jetzt kommen sie alle Oh Gott, was hab ich getan Was hab ich getan Ja, aber trotzdem noch zu wenig Holz Oh Gott Jetzt Oh, Alter, das Viehzeug, ne Das hat mich damals schon mal so angekotzt Wenn Wenn die ganze Oh, falsch rum Wenn die ganze Zeit irgendwelche Viecher Das war damals mit der Katze, die ich dann nach einer Weile umgebracht hatte Weil das einfach nur so genervt hat Ich kenn's ja von der Von der Pocket Edition, von der PC Edition Da sind die Viecher nicht so penne dran Da kannst du mal wirklich sehr, sehr viele Halte mal, die Fresse anhalten Sehr, sehr viele einsperren Und da passiert trotzdem nichts Was ist denn heute los? Ja, eine Macke So Hin da Drauf da Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz Ich geh mal ganz kurz Holz ölen Ich sag mal, finden die alle nicht her, oder was? Ich mein, so weit ist es ja nicht weg Ich glaub, die haben sich jetzt alle verlaufen Bup Bup, 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 bup Aber hier könnt ihr feine Namen sehen Gut Äh, hol sich nochmal ein paar Bäume nieder Ich will zumindest echt mal das Dach fertig kriegen Danach Danach, wenn wir unser kleines stationäres Häuschen haben Gehen wir dann an große Gebilde ran Ich weiß bloß noch nicht, was wir ungefähr machen wollen Ich will keine Windmühle bauen Ich will kein Gefängnis Ich will kein Rathaus bauen Weil das ist immer Ich schlag immer das Gleiche vor Und dann, äh, ja Das gefällt mir dann meist nicht Das ist nämlich immer großteils das Gleiche Und ich will Irgendwas Ausgefallenes haben Ähm, dazu Glaube ich Irgendwann Kann ich vielleicht in den nächsten Folgen beansprechen Es kommt ja bald auch für die Konsolen Die Version 1.9 raus Also zumindest die PC-Versionen Die jetzt sozusagen In den Konsolen-Versionen implementiert sind Und, ja Denke ich mal Wird es dann auch einige Erweiterungen geben Gerade wenn wir Später dann in den Nether Nicht in den Nether Sondern ins End gehen Und dann nach dem Ender-Drachen Halt, äh, noch diesen Komischen Turm da Keine Ahnung, wie diesen Ender-Turm Oder wie der hieß Dass man da vielleicht noch was machen kann Das wird, denke ich mal, interessant Aber bis das Update kommt Wird es noch einige Zeit vergehen Ich weiß nicht, heute Heute kam ein Update raus Also ich habe eins für die PlayStation 4 bekommen Aber ich weiß nicht, was neu dazugekommen ist Und das fand ich heute ein bisschen blöde Weil sonst stehen immer Patch-Infos Und sowas stehen ja da Dieses Mal war leider nichts da Was mich dann ein bisschen angebröckelt hat Geht doch mal weg hier Müsst ihr denn Alle hier immer am Weg rumstehen Ja, alles gut So, mache ich nochmal ein bisschen Ich mache das Holz kurz mit Warum kann man hier nicht gedrückt halten? So Treppen Ich mache erst mal Ich mache mal 60 Stück Und dann gucken wir mal Ob wir mit dem 60 hier was machen können Äh Oh Junge, so hier Zack Gehen wir jetzt jedes Ding ein Stück mal hoch So Ähm Wie mache ich es jetzt aus? Ziehe erst mal die Leine hier lang Boah Ziehe die Leine So Rander Jetzt muss ich mir was einfallen lassen Habe ich Ach, ich habe ja noch Ich habe ja noch Dreckblöcke Dann nutzen wir einfach mal ganz kurz Dreckblöcke Das soll hier kein Superhaus werden Sondern einfach nur, dass ich ein Dach drauf habe Dass es nicht nass wird Du verstehst, das wird sowieso nicht nass Aber Ne Gut Ähm Hier Da kann ich doch hier in der Mitte Wart mal, warte mal, warte mal Das machen wir mal ganz kurz raus Da ziehe ich Einmal Holz lang Und dann mache ich es oben drauf Ich mache das erst mal zu Und dann gucken wir gleich mal weiter Wie wir es dann Jetzt im Endeffekt anstellen Ich kann ja da vielleicht oben Da im Dachgeschoss Vielleicht irgendwie Noch mein Kistenlager reinmachen Und dann müsste das auch funktionieren Ich mache mal den hier Ach ne, wir können ja Ich bin heute wieder so total dull Ich weiß echt nicht, was ich manchmal mache Kann ja von hier weiterziehen Das ist aber zwar immer ein bisschen kacke Aber zumindest geht das hier ein bisschen besser Als bei der Pocket Edition Weil hier drehen die Dinger sich nicht auf einmal um So Hoch Andere Seite mache ich das jetzt auch nochmal Da kommt dann hier mal einer an So weit ist das doch nicht weg Wer die erste Folge gesehen hat Der weiß doch, wo er langlaufen muss Tja, wer die erste Folge gesehen hat Oh, der Typ ist online Und dann, äh Ja, dann Dann wurscheln alle quer durch die Gegend Keiner weiß mal, was er macht Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott So Runter da Beine hier gebrochen Achso, das geht ja hier unten noch einmal weiter Dann habe ich noch einen Block Nö Mache ich dann Oder mache ich da Stein rein Mache ich später Mache das später So Ich brauche Ähm Die hier Mache ich mir nochmal 24 Stück Die können wir später noch Mal was anderes brauchen Und ja Ich habe es mitgekriegt Dass ich noch zwei Türen in der Tasche hatte So Dann machen wir hier einmal Von unten schräg Geht das? Genau Das können wir dann raus machen Dann können wir dann Glas oder sowas rein machen Und jetzt Passt mal auf Dann gehen wir nochmal ganz kurz da oben hoch Mache ich nochmal Ein Blöckchen hier hin Dieses blöde Akazienholz Mist Mann So Jetzt Jetzt bin ich hier unten Hoch da Komm Ich weiß das Controller klacken ist immer ein bisschen laut Aber das kann man Bei der Konsole hier leicht Nicht ändern Und wenn ich das Mikro noch Ähm Also Die Empfindlichkeit rausnehme Dann hört sich das Also das ist echt scheiße Da ertrinkt schon der Erste Jetzt begehen sie alle Selbstmord Ich konnte nicht finden Jetzt machen wir alle Selbstmord Okay So Rumpen wir das hier raus Dann machen wir dann Glas rein Und ich weiß nicht Passt das denn Das gucken wir uns gleich mal an Vielleicht könnte ich den Ofen da unten noch irgendwie ein bisschen Verstecken So Da oben ist das frei Wo habe ich die Glas Das Glas habe ich hier Gut Wunderbar Ich sehe schon langsam Ich fahre euch vielleicht nicht Weil es immer ein bisschen länger dauert bei mir Es nimmt Teils Form an Teils So Wo mache ich das jetzt Hier hin Na Na komm Mach Mach es Tu es Er will nicht Warum Äh So Da Muss ich ja hüpfen Aber So Jetzt haben wir hier oben aber so ein hässliches Loch Das kompensieren wir indem Wir noch einmal rausnehmen Und machen dahinter einen Block Genau Gut Wie sieht es Da springen die Ersten von den Klippen runter Ja wo sind die denn Ach ich dachte da oben steht einer Oder Ne Sah nur so aus Ich weiß nicht was die tun Die sind ein Vielleicht Keine Ahnung Sind sie alle in die falsche Richtung gelaufen Machen wir den raus Guck Jetzt springt der nächste Alle Selbstmörder hier Zack 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 Gut Haben wir das zu Da haben wir unsere Ja Unsere Bauernhütte Die sieht echt scheiße aus Muss ich echt mal so sagen Aber besser als ja nischt Kann man Wenn ich jetzt hier noch So als Stütze Ne das sieht behindert aus oder Das sieht kacke aus Alter Hau doch mal ab Kuh Ganz froh sein Dass ich dich jetzt nicht umgebracht habe Was machen wir anders Die Hunde Ich weiß Ihr habt mir tausendmal in die Kommentare geschrieben Ja fütter sie doch mit Fleisch Nö Ich will die lieber so fangen Ich gebe da lieber Was mache ich hier Ich gebe da lieber meinen Äh Wie heißt das Mein Knochenmiel aus Ja Warte das machen wir anders Das sieht auch scheiße aus Wir machen das jetzt einfach so Ja so kann man es lassen Mache ich das hier vorne auch noch weg Und klatsche einen hier ran Äh Ähm So war das ne So Genau Hängt das hier vorne so ein bisschen über Ach komm egal Ist alles egal Es soll ja nicht komplett schön werden Es soll unser Haus sein Wo wir erstmal Drinnen herumvegetieren Genau Unten wird später noch ein Holzblock Alter Viecher Ähm Wo kann ich euch denn Ich mache euch irgendwo eine Herde da oben Also nicht eine Herde Sondern irgendwas wo ihr denn leben könnt Habe ich noch was von den Flachen Da würde ich gerne was machen Warte Da ertrinkt schon wieder der nächste Alter ist er nur Selbstmorder unterwegs Warte da müsste ich eigentlich hier Einen Block setzen Oder richtig Ja hier ist richtig Oder nö Warte mal ich mach den ganz kurz Wir gucken das später an Ich mache das erst erstmal ganz einfach Machen den Zwei Drei Eins Zwo Drei Eins Zwo Drei Ähm Dich muss ich mal ganz kurz hier irgendwie mitnehmen Ich mach mal ganz kurz hier was weg Gott hab ich schreck bekommen Ich mach die Tiere mal hier vorne ran Weil das macht sich jetzt hier Kacke Komm mit Da ran Da ran So bei dir das gleiche Du kommst mal ganz kurz mit Nicht abhauen Nicht abhauen Nein Jetzt hab ich den anderen Jetzt hab ich den anderen weg gemacht hier Genau Wunderbar Dann können wir das hier mal ganz kurz Bitte kein Creeper jetzt Aber ich hab's ausgestellt Dass die Creeper hier alles in die Luft jagen Das müsste auch bei der Pocket Edition Da sein Das wär cool Wenn man das irgendwie ausstellen könnte Dann wird hier nicht immer alles So zerbombt aussehen So So ungefähr möchte ich das haben Aber Da fehlt oben noch was Weiß nur so ne Kleine Terrasse Wau mal Hab ich denn T-t-t-t-t-t-t Da hab ich noch welche Mal 18 Stück Dürften reichen Dann ziehen wir das hier oben noch mal Ganz kleines bisschen raus Aber nur hier Mach ich auch drei oder? Ne Zwei brauch ich hier nur Alter Kuh Hau ab Hab ich dich hier eingeladen? Nö Kann ich das hier auch noch machen? Eins Zwei Eins Ne Ein zu viel Geh weg Ich hab eigentlich ne Axt Die könnte man dafür verwenden Könnte man Ach ja Hab ich das schon gemacht Mach ich mal raus Zack Zack Genau Und hier machen wir dann noch so ne So ne So ne Pfeiler hier rein Da können wir das hier außenrum Zumachen Nein Was machst du denn? Hä? Bist du besoffen? Mach doch doch da ne Eine Seite ran So Na Diese Ultimativen geilen Creeper Löcher Die ich immer hier habe Und hier vorne Warte hier vorne Machen wir das mal Hier nehmen wir einen raus Und machen hier mal so ne Treppe hin Da können wir hier vorne runter gehen Und hier machen wir Eins Zwo Drei Vier Zack Hier oben können wir noch so ne kleine Tür rein machen Jetzt ist die Kuh da drin Geh weg Oh Okay Rohes Rindfleisch Und dies Die wollen das nicht Ah die wollen ja nur Das Fleisch Oder wollt ihr das Fleisch? Wollen die wirklich vergammeltes Fleisch? Ja nice Die fressen das Ist ja die bescheuert Können ja so nen Scheiß fressen So Ich mach mal ganz kurz Achso Ja jetzt haben wir natürlich ein Problem Wir können die nicht schlafen Weil Was Duty ist auch drauf Wir können nicht schlafen Weil Andere Spieler drauf sind Ähm Ja Jetzt haben wir natürlich das Problem Ne Jetzt können wir nicht pennen Weil hier andere Leute drauf sind Ähm Ja Gut Guck ich erstmal Dass wir nächste Folge mal ein bisschen Holz holen Dass wir das dann hier hochziehen Dass wir noch ein bisschen Hübscher machen Dann haben wir unsere erste Bude fertig Unseren kleinen Garten Unsere Hunde haben wir Und dann geht's denke ich mal auch An die große große Reise Mit dem Buddeln und Buddeln und Buddeln Dass wir genug Material haben Dass wir genug Material haben Da töten Ich hab hier nur Lemming über mir drauf Gut Freunde Magi mal ein kleines Folgenpäuschen Ich danke dir vielmals fürs Reinglutzen Wir sehen uns hoffentlich nächste Folge wieder Bis dahin Haust erstmal rein Ciao 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR